Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Life is Strange 2. Ja, wir haben uns da, wir sind da in so einem Camp angekommen in Episode 5 und die Mutter ist gerade wiedergekommen und hat aller mögliche Klamotten mitgebracht. Mal schauen, ob die auch was für uns mit hat. Mal sehen, ne? Ja. Das erinnert mich an meinem Haus. Hey, was ist denn? Hey, guten Morgen. Hallo, Sean. Wie war die Stadtruppe? Ich liebe diese Reise. Die Leute sehen uns, als ob wir Aliens. Hier kommen die Sand-Leute. Die Zerbücher haben wir zurück mit Offenungen von Das Kapital. Ich habe dich gefeiert. Die nächste Zeit, wenn du mit uns kommst. Ha, wir sehen uns. Sieht gut, was dein Geheimnis. Sie finden die Todesdauer auf einer täglichen Basis. Ich verweihung mich täte ich den Tod. Oh, nicht schlecht, ey. Ich kann nicht vergessen, deine Götze. Hey, danke, Angel. Hier. Ah, du bist der Mann, Karen. Bis zum nächsten Mal. Geh dir. Hey. So, wie lief ihr euch, die Nacht in the Canyon? Äh, ja, ne, war super. Es war großartig. So viele Störer. So kalt. Good call, Karen. Ich wusste, du würdest es lieben. Stargazer. Glücklich, dass du das gesehen hast. Hi, Mom. Wie war die Stadt? Die Stadt-Leute ist immer so schlimm. Aber wir haben etwas für dich. Schau schnell. Wow, ja. Ja. Danke, David. You want to play catch, Danny boy? Totally. Me und Dad immer immer spielen. Aber ich bin viel besser. No matter what er durch, er nur möchte sein, er nur ein Kind. Und spielen. Ja, Daniel hasn't been like this in forever. Wir haben alle ein guter Influenz auf ihn. Genau. So, wenn du, die Kinder kamerlst. Ich hoffe, Daniel nicht zufrieden von all den Kriterien. Nah, been a while since Daniel's been afraid of animals. Or anything. He knows he's the bigger threat. You're right. And he does like to show off. Maybe too much. You boys have been here over a month. And I still can't get over Daniel's... Skills. Äh, ich auch nicht. Ja, ich bin. A walking weapon. Never met someone with a super power before. I try to be a good influence. Not always easy. But... He listens to me. Maybe I even fucked him up more. Listen. Raising a kid is the toughest job in the world. Trust me. Combat was easier. Fragen wir mal, du bist verheiratet? Oh, you didn't tell me you were married. Used to be. We're divorced now. Our daughter's death left her heartbroken. Same for me. We just... Couldn't put our pieces back together. After what happened. Sorry, David. Yeah, the worst thing is, I never had the chance to do the right thing for my stepdaughter. Before she died. We were like... Oil and water. And she was always starting shit. Guess that's hard for a kid to get a new father. Especially one like me. I just had no clue how to deal with her. Wish I did. Anyway. Can't go back. Nope. Thanks for talking, David. Better start my delivery now. Found some weird snacks in town. Okay. I'll see you later, Sean. Okay. Time out. Oh my God. It's going to melt. That was awesome, Mom. Now I know why they don't play baseball in the desert. You throw way better than Sean. We're not done out here yet. Let's get this food inside before it melt. No problem. Yeah, so... Weiß nicht, so... Milch oder so. Oder Hack. Wäre jetzt nicht so gut da. Ja, das ist auch praktisch. You're way too easy, bro. Whatever. Can't help it, if I like Terran. Just be you and I know. I'm just saying. Don't get too cozy here. This is a... Rest on. I know. I hope my crops will make it. Einkaufs... Too bad, there's no one in my age here. But this is where people come to get old. Schauen wir mal, Einkaufsliste. Oh. Stanley, 500 Gramm Kaffeebohnen, nicht koffeinfrei. Ja, wer trinkt den koffeinfreien Kaffee? Trinkt doch kein Mensch. Studentenfutter, Mäusefalle, Wassermelone oder Mausefalle. Artho Choco Cress, Backpulver, Fußpuder. Joe, Chia Butter, Kurkuma, Ibuprofen. Pria, Pria, Kondome, USB-Kabel. Jam, Katzentrockenfutter, Sonnenschutzcreme. Vadim, Maßband, Klimaanlagenfilter, geröstete Nüsse. Ja. Das sind immer wichtige Sachen hier. Es fühlt sich wie 100 Grad in diesem Trailer. 105 Grad hier. Ja, ist auch... Hier ist dann hier angenehmer, ne? Ja, und jetzt? Was soll man denn machen? Oder? Ist automatisch. Ja, genau, es war Fanta oder was die da am trinken, ne? Ich muss sagen, ich vermisse das Pacific-Northwest-Welt, manchmal. Ja, ich glaube. Du bist hier über einen Monat, jetzt. Was denkst du von unserer kleinen Oasis? Ähm, es ist eine andere Welt. Äh, ja, es ist eine andere Welt. This place is like another world. Don't even know how to describe it. Hm. I think you just did. It has a... Unique atmosphere. Ja. Ja. That's why people come here. From all over the country. For their own reasons. Not perfect, but it works. So right here. Äh, so fruity is that here. It is so peaceful out here. Guess that's what everybody is really looking for. Peace. Hm. You're probably right. Yes. I still feel like we're really privileged out here. There's bad shit going on in this desert. Yeah. I don't think you can ever really get away from everything. You can't escape reality. Even here. We just live slightly apart. Right? Äh, wie hast du diesen Ort gefunden? Ich könnte hier nicht. Wie hast du diesen Ort gefunden? Fahr mal mal. How did you end up here? This place is not on the map. Like most of us, I was first brought here by someone. Maggie. After I failed to make it in New York, I was lucky enough to meet her down in Florida. She's had a tough life. This place was her getaway. She's long gone now, but... Her name is still written all over this place. Well... Thanks for bringing us here. Oh, Sean. I'm glad I was able to help you. By the way, can you grab your evil little bro so we can all talk? Is everything okay? Yeah. I just thought we could spend this day together. Just the three of us. Okay. Hey, brother to Superwolf. We need you at Karen's trailer. Copy? Sure. I mean, 10-4. Kompadre. How about a truck around the canyon today? You in? Totally. Let's pack then. We should have camped here. into that little creek. It was so perfect. Nah. You'll need a good night's sleep after all this. And the car's just half a mile down the path. This place makes for a pretty cool bedroom now. Yeah. I'm eat. Oh, sorry. Just got one last thing to show you guys. I can't get enough of this place. Come on, Daniel. Give me your hand. Let's go down, Lord. You walk too fast. More walk. Let's talk. Then you'll pass me up. Mal gucken, wen wir hier so nachts hier sehen. Check this out. Now, this is nature's art. You're so big. And pretty. And so quiet. Except for the birds of prey. Shh. Oh. Serious? If we're lucky. Yeah. Okay. Y'all. Oh. 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 Uh-oh. I hear a wolf. Hm. Be careful. The hunters out here. Whatever. The wolf brothers aren't afraid of any hunter. You must hike all the time, Mama. There's not a lot to do, but it's enough for me. Good thing Joanne likes to come with me. Oh. I bet she would be fun to go hiking with. Well, not when I go too fast. She's all about the gym. But you're just a crazy person. Mal gucken, ob ihr irgendwas versteckt ist. Joanne is like Sean. They make arcs, so they stop and look at stuff. You're way more like me. Fast. Yeah. I am like you, Daniel. So let's hurry up. So you know I am what? Das sieht aber echt schön aus, ne? Ich hoffe mal den hier einfach hinterher. Das ist bestimmt irgendwas. Oh. Gehen wir mal ruhig am Rand, ne? Oh. Schau mal. Ich liebe dich hier, um weg zu kommen. Weg zu kommen. Ich hoffe. Es ist der beste Ort. Sit down. Ja, so können wir mal machen, ne? Gucken wir uns mal hier so alles mal hier so an, ne? Schöne Wanderung und Ausflug bei Nacht. So, hey. Ich bedanke mich, dass ihr euch so lange drüben seid. Danke. Äh, boah, bereust du dein Gehen? Haben dich besser. Du hast uns viel geholfen, äh. Haben dich besser kennengelernt. Es ist gut, dass du besser kennst, dich zu kennenlernen. Sie sehen, dein Leben. Dieses Ort ist ziemlich cool. Es ist wie eine Ferrierbahn, aber schöner. Ich musste lernen, was in einem Desertert leben. Haufen, Kanyons, Störnern. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Just know, I love both of you so much. I know, you had it rough lately. Ja. It'll be better, when you're settled. Äh, du könntest mir das kaum glauben. Ja. Der Daniel hängt da ziemlich an ihr. Äh, du könntest mir mit uns kommen. In Mexiko. Das wäre cool. Ich würde gerne kommen und sehen dich, in einem neuen Haus. Du bist fast da. Aber... Das ist nicht so gut, ne? Also, Das ist es nicht so gut. Ja. Bist du hier? Das könnte identifier sein. Das wäre es nicht so gut. Das wäre es uns? Oderكن... Was ist das? Ja, es sieht bestimmt die Mücken auch an, ne? Oh. Ja. Da wird einem ja direkt schwindelig, ey. So. Ja. Boah. Hm. Das war wieder Tag, ne? Ja. Ja. ein bisschen der wasser an bisschen sehr ruhig hier ein bisschen um are you guys all set up to leave no so that's we have to leave again why can't everybody leave us alone oh honey wie viel wie weit weg ist die grenze not that far maybe five or six hours drive do you want to be able to see crossing that border so i'm gonna give you a head start on the police wait how what's your plan the cops are after me too or what happened in nevada so they can catch me instead of you that's bullshit mom don't give up don't not about me right now oh nein we need to get your asses to puerto lobos thank you thank you so much karen i knew what i was doing when i came to haven point looking for your brother i felt it was the right thing to do and i feel the same today you have to stay true to yourselves but it's hard when somebody or something gets in the way it can get ugly you have to find some sort of balance we do whatever we can to survive we already did i know you did what you had to to protect your brother all the way from seattle to arizona and i'm sorry you had to make hard decisions to stay safe but sometimes you just have no other choice okay this is the last roundup wait let me say bye to joelle all right i'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it and don't forget what we talked about it's yeah 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 you should go see david he has something for you okay 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 let's see if he has a debit so okay uh... character uh... um... 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 Es ist, was es ist. Gib deine Freiheit, so wie für die... Gib deine Freiheit nicht auf. Take care, Sean. Neu schreiben zu lassen. Keinen Brief hinterlassen. Kein Brief hinterlassen. Neu schreiben zu lassen. Kein Brief hinterlassen. Finde ich eigentlich sogar so am realistischsten. Mach ich dort ruhig. Kannst du einfach zerknödel, weg damit. So. Zeitung erstmal ansehen. Ja, schau mal. Polizei... Ja. Polizei sucht von mir nach Feuer in Nevada. Das FBI und die Polizei von Nevada sucht nach dem Mord an einer Person. Seven Point Nevada nach einer Frau und ihren zwei Söhnen im Teenager-Alter. Ja, da sind sie. Die drei. Altes Geschenk. Kleidung. Ich muss jetzt gehen, was David möchte. Machen wir jetzt mal. Einkaufsliste, Kartenspiel, Gedicht. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Nach David suchen, okay. Das wurde ja auch so gesagt. Ich würde jetzt erstmal sagen, nach David suchen wir mal beim nächsten Mal. Bewert doch mal ruhig den Teil und bis dann. Tschüss.